3 Upsala, da war ein Ruckler Dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die In der Alpha 17 Level up, ich werd wahnsinnig Congratulations Und mit dabei ist der Kuga Huhu Genau, heute ist ja, wir haben 14.37 Gleiches Kaffeezeit Mal sehen, ob der Bäcker noch was hat Ja, das Schlimme ist ja, du hast nach der Beendigung der letzten Folge So schnell wieder neu angefangen Ich konnte gar nicht einen neuen Schluck holen Oh Ja, müssen wir jetzt durch, ne? Das nützt alles nix Was muss, was muss Aber du wirst das Problem haben Ich werd jetzt diese ganze Folge rumquengeln Mit was? Ich hab Durst Dauerts noch lange Wann sind wir endlich da? Wann gibt's endlich was? Hallo Ah, die Bäume sind auch cool geworden, find ich Und das Wasser erst Und, ja, und die Rinde hier Guck doch mal die Rinde an Alter Freund Oh, da wohnt ja schon einer unter dem Baum Oh, stimmt Da läuft ne Axt rum Oh, Ausdauer Na, hör ruhig auf Ich mach den letzten Schlag Ich hol mir die Belohnung Verdammt Oh, mein Gott Herrlich Oh Ah, komm her Ich mach den Igel aus dir Oh, ich glaube der tat weh Ich fürchte auch Guck mal Guck mal, der ist direkt Oberhalb Des Auges ins Gehirn eingedrungen Ja, der ist ja schon mal wie ehrlich, ne? Naja, durchs Auge wäre wahrscheinlich Matschiger gewesen Oh, da ist jemand da Wo kommt der denn her? Alter, der hat nun Der hat ne ganze Bande, Freunde Mist, da haben wir uns mit dem Skater Club eingelassen Ach, großartig Gib meine Pfeile wieder, du Dieb Eländer Guck mal hier Im Hinterhof Uah, da wohnen sie alle Aua Kriegst das hin? Meine Güte Stimmt, das ist ne ganze Horde Da sind die Zwillinge Hey Pippi, hau ab So Toll kannst du springen, mein Junge Ganz hübsch Oh, ich Häng da fest Ich komm mal runter Musstest du wieder im Müll rumwühlen? Ja Achtung hier, der wird Pass auf Nein Bist du Bist du tot jetzt, oder was? Ja, gut Das ist doch das Training für morgen Abend, ne? Ja Würde ich mal sagen Aber ich hab schon wieder Inklusive der wieder aufgesammelten Pfeile schon wieder 100 Pfeile verballert Frag mich nicht Okay Okay, das war der Sollagnadenschuss Ja Der hat auch Hier ist noch ein Pfeil Da, durch nachher nachher rum Ja, nimm doch Ja, die liegen hier überall rum Äh, ganz ehrlich Ich seh keine, die hier rumliegen Bin ich überladen? Hallo Was ist denn das für eine Hütte hier? Durchsuchen Ein Schulbus Ey, cool Cool Ein Schulbus Warum ist die Tür nicht auf? Hm? Ach, komm du mit deinem halb kaputten Kopf, ne? Du brauchst hier nicht so eine Welle zu machen Ach, Gottes Willen Ha ha Ist leer Ha ha Na, was ist das denn für alte Fabrike oder was soll das sein? Äh Ja, sowas wird das sein, ne? Was? Wo? Ach, schon wieder der mit dem halben Kopf Oh, da sind so viele von Und sag mir nicht, ich bin überladen Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, doch Nicht weit von zu Hause weg, glaube ich Level ab Du bist Level 15 Ich muss dich nicht fassen Oh Ich fasse es nicht Level 15 Was bin ich denn? Oh, ich auch Das würde mich wundern, wenn du es nicht bist Und du bist Und du bist Game Stage 13 Äh, 30 Bin ich? Mhm Ja, bei mir ist es umgekehrt Ich bin 28 Du bist 30 Irgendwas haut da nicht ganz hin Ne Besonders, weil ich bei mir 27 bin Und du 30 Okay, aber du bist doch eigentlich viel gefährlicher Wie ich Oder ich bin, glaube ich Das ist nicht daran Weil ich ja immer alles einpacke, ne? Das machst du ja auch Also ich denke Wir tun uns im Farben und Looten Nicht wirklich viel Mhm Wo war der? Ach da, ein Kriecher Oh Gott Ich höre sie doch schon wieder Dieses Vogel, der ist nicht gelootet Bitte looten Drücken sie jetzt Du bist durstig Bitte trinken sie jetzt Ja Mist, ich habe keine Guck mich hier mit Ach großartig Der Flaschenöffner ist auch nicht da Ich muss verdursten Oh mein Gott Das sind so die Beamten-Sprüche Wenn sie eine Flasche in der Kiste Bier sehen Und keinen Öffner dabei haben Ohne Scheiß Ich kenne einen Beamten Der würde mit einer Kiste Bier in der Wüste verdursten Tja Man muss Bauarbeiter sein Ich weiß Ich weiß gar nicht mehr Es gab mal eine Familienfeier Ich weiß nicht mehr was es war Sechzigste von meinem Vater oder so Keine Ahnung Da ging es dann darum Ihr macht alle mit dem Feuerzeug die Flasche Bier auf Und dann hat sich das hochgeschaukelt Das Thema Nee Guck mal Das geht auch mit der Tischkante Bomb Oder mit dem Stuhl Klock Und guck mal Das war dann das Highlight Wenn man die Tür aushängt Und die dann ansetzt Damit geht es auch Es wurde quasi mit der ganzen Wohnung Eine Flasche Bier geöffnet Das war herrlich War das Warum nicht Was machst du denn da? Stimmt Schmeiß doch das ganze Zeug nicht weg Wir sind arm Ich hab noch zwei Apokalypse und so Ach ja Stimmt Da war doch was Ja und Wie war das noch? Wie konnte man die Ausdauer nach oben schauben? Mit Äh Essen Ach stimmt Ja Essen war doch was Vielleicht sollte ich mal was essen Irgendwann Was ist die Uhr denn schon wieder? 18 Uhr 18 Uhr 40 Hast du das Mädel mit dem schwarzen Pferdeschwanz bestellt? Wo? Äh Rechts von mir Ach da hinten Nö Nö Ich hab nichts damit zu tun Dann werde ich der sagen Dass wir kein Interesse haben Oder? Nö Ja genau So schlimm ist es nur auch nicht Also da kommen wir mit klar Sie ist aber glaube ich nicht einverstanden damit Halt Die hat schon lange diskutiert Out of stamina Warum? Ja warum denn? So ich hab jetzt Gott es sind so viele Steine Ich weiß gar nicht wohin damit Wie viel hast du denn? 300 Hast du gerade von viel gesprochen? Naja in dem Level hier ist das viel Also ich sag mal so Für einen Cobblestone Block bräuchtest du vier Steine und vier Leben Na siehst du das ist doch schon mal etwas Äh sind 300 Steine jetzt nicht wirklich viel ne? Ne Ah ich hab ja 348 Ich glaub ich hab gerade Schwachsinn erzählt Warte mal wie war das Rezept? Äh ein Stein und ein Lehm Ein Stein und ein Lehm? Gibt ein Cobblestone Und was gibt ein Flextone? Vier Ja doch Vier Steine und vier Leben sind ein Block Okay Hm Was bin ich? Vielleicht Inkumbärend? Was denn das? Äh überlastet Achso Ja oh Gott Mein Gott Da kann ich mit um Aber wenn wir hier Wenn ich jetzt hier rumschraube Wäre doch nicht schlecht Wenn wir ein bisschen Lehm hätten Ja ich überlege gerade Ob wir nicht vielleicht wirklich Ne Mauer Cobblestone bauen können Die Frage ist wo ist Lehm? Äh überall Alles was Erde ist Es gibt keine normale Erde mehr Es gibt nur noch Lehm Echt jetzt? Das ist ja aber gar nicht schlecht Bau dir ne Schippe und hau auf die Wiese Dann wirst du sehen Hallo Schippe Erde Nee da steht was vor oder? Lehmige Erde Steht hier Okay Siehst du? Leben Aha Ja aber ob das so gut ist Na gut Sammeln wir mal Lehmige Erde Haben wir auch schon nicht gehabt Äh lange nicht gehabt Ich weiß nicht ob das im verbrannten Gebiet auch so ist Oder ob das verbrannte Erde ist Ich kann mal gucken Ich kann mal hier so ein bisschen schaufeln Ne ist das gleiche Okay Ich kann mal lieber hier raus aus dem verbrannten Weil das zu warm ist Wo ist mein Loch? Da Hallo Ich kann hier mal so ein Graben machen Ja können wir mit der Wasser durchlaufen lassen Ja genau Sechs Blöcke tief Und dann Um die ganze Kirche am besten Äh Das ist glaube ich eine Scheiß Idee Unsere Burg Wassergraben Dann züchten wir da Piranhas Und dann sind wir sicher Das war ja früher das Der obligatorische Schutz Du machst zwei Blöcke um deine Festung rum Gräbst du bis zum Bettjog Und die Zombies fallen unten rein und sind tot Mhm Und wenn sie nicht tot sind Stehen sie da halt Aber Ja Die können ja jetzt buddeln Ach stimmt ja Die können ja jetzt von nach oben nach unten graben Ja Und ich weiß nicht Ob das gut ist Wenn die unerreichbar sind von uns Und unter uns buddeln Irgendwann kommt die Statik Irgendwann sagen sie Klopft klopft Wir sind da Ja Oder die Hütte sagt Nö Ich habe keinen Untergrund mehr Aber Ich gehe jetzt nach unten Aber wie gesagt Das finde ich eine coole Sache Dass wir jetzt wie gesagt nach unten graben können Weil Dann ist das nicht mehr mit hier In die Erde graben und verstecken Ja Ne Das ist vorbei Weil jetzt können sie ja mit runter kommen Ne Ja Ja du hast ja echt Wenn Wenn du irgendwo unterwegs warst Ne Hast Drei Blöcke in den Berg reingebuddelt Fram davor gestellt Und war safe Mhm Nee Nicht mit uns Zombies Gegenstand muss repariert werden Fertig Und denk dran Nicht zu tief billen Falls einer kommt Ne Dass du rauskommst Na ne Ich mache nur hier Die obere Lage ab Ich habe jetzt Äh Boah 203 Ist ja gar nichts Aber ich habe das Gefühl Das gibt nicht so viel XP Äh Ne Das abbauen Gibt nicht so viel Ich kriege auch pro Schlag auf Schein Immer so Immer ein oder zwei Immer abwechselnd Ich kriege nur Wenn ich so einen Kompletten Block Äh Sand abgebaut hab Dann kriege ich 10 Ja gut Ob du es für jeden Schlag kriegst Oder ob du es kriegst Wenn es abgebaut ist Ne Im Endeffekt Das gleiche Stimmt Ist Bonanza Aber ich würde vorschlagen Wir gehen nach Hause Stimmt Halb 10 Würde ich auch sagen Ist ne gute Idee Wo ist denn zu Hause Ich fände in die falsche Richtung Kann aber nicht so weit weg sein Glaube ich Ne Hallö schön Wo ist zu Hause Da Gehen wir mal nach Hause Ne Hoffentlich ist keiner da Home sweet home Irgendwo Sind Leute aktiv geworden Ja hinten am Diner Da irgendwo da hinten Äh da ist die Tür Ah ich bin schon wieder Dieser scheiß Spike Da am Eingang Was Alles gut Hat du das Licht in der Hütte gemacht Damit sie uns noch sehen können Wenn sie hier reinkommen Da ist Licht an Da müssen wir mal reingucken Dafür habe ich die Fenster ja auch zugemacht Dass sie es nicht mehr sehen können Aber dass wir sie sehen können Wenn sie drin sind Pflastersteine Ich stelle mal kurz Mal so 348 Stück her Juhu Gut So Dann brauchen wir bestimmt noch ein paar Spikes Ne Äh ja Rezepte Speakers Wo sind die denn Äh Da Zack 41 Okay Gut Das wird sich was hinziehen Mach mal Pfeile Sechs Minuten Pfeile ist auch noch eine Maßnahme Ähm Wie sieht es aus Brauchst du noch Steine Für dein Lehmvorkommen Für Dingsbums Also Pfeile Ich habe das Komplette Leben verheizt Drei Ich habe noch dreimal Leben über Habe ich gerade gesagt Pfeile? Ja Pfeile hast du gerade gesagt Ich meinte Steine Ah Ähm Ne wie gesagt Meine ganzen Steine die ich hatte Habe ich alle jetzt für ein Leben verbraucht Also jetzt in den Cubblestone Ja aber Hast du noch Leben über? Ne drei Das ist nichts Okay Ich könnte dreimal D Hier dreimal Kappelstrom machen Das ist ja Ne Okay Also wie gesagt Ich würde mal sagen Ähm Es ist zwar so Du hast nicht gesehen Wir können ja eigentlich nur abwarten Weil Das wird gerade gemacht Das dauert drei Vier Fünf Minuten Vier Drei Vier Fünf Fast sechs Minuten Plötzlich haben wir eine Nachtpause Ich würde sagen Und da wir das Nicht mit aufnehmen Ne Ich denke mal Da passiert heute nichts Ne Also hoffe ich Genau Und wenn wir denn Dann sagen wir euch morgen Bescheid Wenn wir gestorben sind Dann seht ihr halt eben die Verwiesenden Stinkenden Körper da liegen Oder uns Oder so Okay Dann sagen wir mal Vielen vielen Dank fürs Zuschauen Wir hoffen das hat euch gefallen Und ja Dann würden wir sagen Nächsten Morgen Ne Allerfrische Damit Tag sieben Und dann wollen wir sehen Dass wir mir gehört Das sicher war Soweit wie es irgendwie geht Yes sir Alles klar Bis dann Und tschüssi Wir sind raus Bis dann dann Tschaui